so wunderschönen guten an meine lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren update video hier auf meinem kanal bei mir bekommst du tägliche chartanalysen meine persönlichen prognosen meine trade einstiege zu bitcoin und ethereum und einmal die woche ein riesen altcoin live special zu all deinen lieblings altcoins und wenn du noch nicht teil dieser geilen community bist würde ich mich freuen wenn das kostenlose abo da lässt ein kommentar ein like auf alles stellt damit du benachrichtigt wird sobald ein update video hochgeladen wird und wenn das gemacht hast gehen natürlich in die chartanalyse aber auch hier zuerst einmal danke an alle neuen abonnenten die abonnenten zahlen die schießen förmlich nach oben in letzten wochen vielen dank erstmal hier an alle wo mich unterstützen wir gehen sicher auf die 800 zu richtig geil würde mich freuen wenn wir das in diesem monat hinbekommen schauen wir mal auf jeden fall vielen dank an alle und jetzt gehen wir in die analyse also ihr habt hier schon in fabel wahrscheinlich gelesen wir wissen nicht wann die korrektur zu ende sein wird aber es gibt für mich ein indikator wo ich sage oder zwei indikatoren wo ich auch schon einmal in den letzten update videos euch gezeigt habe und zwar ist es erstmal die ema ich trade zwar nicht danach aber das gibt uns visualisiert einen möglichen anhaltspunkt wann der bruch nach unten kommen könnte und wo uns der letzte wichtige support liegt schauen wir uns an hier die ema auf dem tagestime frame sind ganz ganz wichtig wenn uns das anschauen was wir hier hatten wir sind hier auf den 50er ema das ist diese weiße linie sind hier oben gebaut bis wir den bruch nach unten haben auf das 100er ema das sind die 20er ema auf den halstime frame genau und dann hat man den bruch hier und auf die 50er ema sind auf den 50er ema geboust hier meist war größer ja so mehr oder weniger darauf geboust bis sie dann den bruch nach unten durchgesehen haben mit neuen low und jetzt bauen wir auf dem 100er ema das ist diese türkis farbene linie ich gehe stark davon aus dass wir hier ähnliches szenario sehen wir hier oben bei uns auf den e mail bruch nach unten aufs nächste e mail bei uns bruch nach unten aufs nächste e mail und dann hier auch noch mal ein bruch nach unten sehen auf die 200 e mail auf dem tagestime frame und diese verlaufen ihr seht hier die kommen immer näher an unseren einstieg ich präfere 36.600 bis 35.000 us dollar dass wir dort unseren einstieg bekommen und wir von hier aus dem bauen zu sehen und wie ihr seht die 200er ema die verlaufen hier ganz genau parallel zwischen diesen zwei zonen zwischen der 50er und 559 also das gibt uns einen anhaltspunkt und wenn wir uns das hier anschauen wie lange wir hier geboust sind da sehen wir hier hatten wir 1 2 3 4 5 6 siebte kerze ist nach unten also nach 84 stunden 84 stunden sind das muss ich kurz überlegen sind drei tage dreieinhalb tage schauen wir hier jetzt bauen wir hier 1 2 3 4 5 6 jetzt sind wir hier dritten tag wo wir den durchbruch nach unten hatten durch diese 50er ema sind wir hier in der sechsten kerze sprich am am dritten tag ja mein mater lässt auch zu wünschen übrig so spät abends also ich gehe davon aus dass wir das hier in den nächsten stunden und tagen den bruch nach unten sehen wir sehen auch hier wir bauen es noch immer wieder hier an dieser roten linie wo ich gesagt habe das ist wichtiger support für uns durchgebrochen jetzt testen wir es die ganze zeit von unten an wir kommen nicht drüber wir haben einmal liquidität hier oberhalb abgefischt und sofort wieder runter und auch hier auf dem tagestime frame sollten wir das hier die nächste tages kerze unter den 39.300 us dollar beenden sieht erstmal stark dann aus dass wir weiterhin nach unten korrigieren werden es kommt halt auch kein verkaufsdruck rein ja also es ist halt eine langweilige seitwärtsphase und das ist das was ich immer sage mit dem sk system ja wir können uns davor schon positionieren wie wir es in der trading challenge schon gemacht haben mit den ganzen mitgliedern wo da mitmachen by the way ich werde heute abend 20 usdt verlosen also 20 mal 50 usdt ich werde an den ersten 20 leuten wo sich in der trading challenge angemeldet haben werde ich diese 50 usdt jeweils zukommen lassen also ich werde im laufe des abends im laufe des morgigen tages werde ich das machen freut euch schon mal die ersten 20 wo sich angemeldet haben kriegen 50 usdt gesponsert von bing ex meinem trading partner einfach dankeschön für eure unterstützung und es werden noch mal welche folgen wir kriegen die ganzen leute wo dabei sind werden wir voll kriegen hat bing ex mir gesagt also mein kontakt zu bing ex kriegen alle 50 usdt die ersten 20 kriegen sind in den nächsten 1 2 tagen der rest wird dann die nächsten tage nächste woche folgen okay einfach so dass ihr seht es lohnt sich einfach community mitglied zu sein ja ihr habt jetzt fast das erste jahr schon geschenkt damit ihr seht das geld für mich nicht alles ist wir sind eine community und da gibt es nur geben und nehmen also erstmal dazu und soviel auch zu bitcoin wir schauen uns das an die preis action ihr seht ja hier selber jetzt gehen wir grad wieder etwas runter bis wir das hier brechen werden sobald wir hier nachhaltig unter dem 100er ima drunter sind zieht euch diese ima gerne rein ganz normale ima 2050 100 200 tages time frame sobald wir hier drunter brechen kommen wir unserem entry ein deutliches stück näher in meinen augen unser übertrend wende bereich wo wir uns positionieren liegt bei 36.600 us dollar bis runter zu 32.500 us dollar unsere order liegt bereit mit der trading challenge eure order auch hier für alle natürlich frei kommuniziert in der trading challenge übernehme ich natürlich die komplette risk management trade management alles komplett so gehen wir noch auf ethereum bei ethereum sehen wir es jetzt auch hier wir sind gerade dabei das letzte low rauszunehmen bei den 2170 us dollar das war hier einmal low hier ein low und jetzt sind wir gerade dabei es rauszunehmen schauen wir mal wenn es hier runter geht bei ethereum dann gehe ich auch davon aus dass wir hier demnächst in den nächsten stunden diesen trendwende bereich anlaufen in den nächsten stunden in den nächsten tagen dieser trendwende bereich liegt bei 2095 nach wie vor bis runter zu 1885 us dollar alternativ könnte man noch dieses weiße hier anpeilen 1894 bis 1660 us dollar ich gehe aber stark davon aus dass wir hier in diesem bereich also von 2095 bis 1880 1890 roundabout den bounce sehen werden wenn jetzt hier runter kommen und danach nach oben die sequenz zu ende bringen ziele nach wie vor bei ethereum 2937 bis hoch zu 3376 us dollar es würde mich stark wundern sollten wir hier das nicht zu einer bringen diese sequenz in den nächsten tagen und wochen alternativ szenario auch bei ethereum habe ich schon gestern im update video euch erklärt kann sein dass wir hier die gesamte aufwärtsbewegung nach oben die wir nach oben gesehen haben korrigieren sprich noch mal runter gehen in den bereich von 1800 bis 1500 us dollar ist aber für mich nicht das wahrscheinlichste szenario ja ich präferiere hier diesen bereich wie es euch gerade eben auch eingezeichnet habe also das war es eigentlich schon zum update video wir warten nur auf den beruf dass wir hier endlich runter gehen und unser trade management oder unser trade getriggert wird auf die trading challenge dann geht es endlich los dann bekommt auch hier die privaten mitglieder natürlich mehr content von mir jetzt können wir nichts machen und dann geht das die ecken richtig los wenn wir im trade drin sind und für alle anderen auch die altcoins wie gesagt in der telegram gruppe leute schaut euch an sind alle trade anstiege führt über 10 15 altcoins dabei ist auch bestimmt auch dein alkohol dabei ja aber ist gerade immer sind über den trendwende bereich kann man sich positionieren cardano ist auch wieder auf dem weg runter genauso wie gesagt habe hier richtung 42 cent ist für mich präferiert ja aber darum genauso auch wieder richtung trade einstieg über das szenario viele leute wo nicht drin sind ja zig altcoins leute aber ich muss jetzt von vornherein sagen die alkohol wo ich präferiert dass das szenario hält ja wo ich stark davon ausgeht das szenario hält sind aber eda cardano alex arbitrum polka dort ist für mich auch ein heißer kandidat dass dieses szenario erhält er und gold auch hier das weiße szenario das grüne machen wir weg für mich ist dieses level nur noch interessant damit dass sie weg so 50 dollar bis runter zu 40 dollar hier in diesem bereich gehe ich davon aus dass er und gold sich wieder erholen wird und dann weiter richtung norden geht richtung 100 us dollar übergeordnet noch hält das grüne szenario aber es sieht nicht stark aus was er hier gemacht ist natürlich auch ein bisschen bilder geschuldet dass mit können sich korrigiert hat also er und gold dann icp auch hier gibt genauer einstieg habe ich schon vor wochen durchgeben hier möglichkeit sich einzukaufen am 50er bei 9 56 exakt auf den cent genau reagiert on top hat er innerhalb von ein paar stunden 27 prozent gains gemacht sollte der markt zurückkommen ist auch hier bei icp der gesamte trendwende bereich trade bar wir können in diesem gesamten bereich benutzen 9 56 bis runter zu 7 31 ja und so geht es immer weiter chainlink genauso ein kandidat auch bei chainlink erwarte ich nach wie vor dass wir hier runter gehen in dem bereich von 11 dollar 17 bis runter zu 9 dollar ein paar leute habe ich schon ausgelacht wo ich es auf verschiedenen social media plattform gesagt habe wo wir hier oben waren bei 16 17 us dollar jetzt gucken wir mal ob die leute immer noch so lustig drauf sind und natürlich ganz klar ganz ganz klar zu präferieren solana solana der absolute top gene auch im nächsten bullmarkt für mich wir kriegen auch hier höchstwahrscheinlich noch mal die chance uns einzukaufen in dem bereich von 67 us dollar bis runter zu 47 us dollar wie gesagt leute schaut doch einfach in der telegram gruppe nach ist alles for free die ganzen einstiege man kann es nicht einfach haben zu traden oder sich zu positionieren auch fürs hordel portfolio das sind für mich valide einstiege andere alcoins wo ich auch drin habe kann man probieren aber sind für mich nicht so stark also diese alcoins wo ich gerade eben euch aufgezählt habe die sehen für mich sehr stark aus alle anderen kann man probieren könnte enttäuscht mich leider auch etwas hier korrigiert doch sehr stark aber ich gehe davon aus dass wir hier in den bereich von 98 bis 95 us dollar kurz runter wicken dann aufgekauft werden was war noch ich glaubt mädig mädig über das szenario auch kann man sich positionieren in den bereich von 94 cent bis runter zu 73 cent wir sind schon etwas drunter gefallen so haben wir nicht die 58 cent nachhaltig durchbrechen und sieht auch mädig gar nicht so schlecht aus wir bauen hier übergeordnet wenn wir uns das zwölfstunden timefilm anschauen haben wir hier übergeordnet higher lows und higher highs gebildet also dieser bereich auch bei mädig kann man für heute portfolio ganz klar benutzen meiner meinung nach müsste natürlich nicht jeder ist seine eigene recherche her also von dem her wird sagen das war's mit dem update video sehen uns dann zum nächsten update video ich wünsche euch einen wunderschönen abend und danke dass ihr mich unterstützt und hier eingeschaltet habt und euch meine analyse reinzieht und so ein tolles feedback gibt also noch mal ganz großes lob an meine community ich habe so viele likes so viele kommentare für so einen kleinen kanal ich übertreffe viele kanäle wo über tausende von abonnenten haben mit den kommentaren also wirklich vielen dank an alle und wir sehen uns dann zum nächsten update video euer jo macht es gut und ciao ciao leute